Hey, was geht ab? Willkommen zurück zu WWE 2K22 und ich will nicht die Story verlassen. Wir wollen... Haben wir den Billard-Salon letztes Mal? Ich weiß es gar nicht. Ne, waren wir nicht. Hier ist Paragon. Paragon. Oha. Da habe ich schon wieder jemanden helfen. Und dann werden wir wieder verraten. Ich spüre es schon. Ups. Paragon helfen, Big Identity abzujagen. Hm. Entscheidung vertagen. I'm not ready to commit to all this, right? Okay. Gut. Weil wir wollen erstmal die Story jetzt weitermachen. Die wartet nämlich auch schon. Auf Social Media. Haben wir uns den Tweet hier letztens durchgelesen? Vielleicht bin ich ja zu empfindlich, aber ich finde ein echter WWE Superstar sollte Crew und Mitarbeiter mit Respekt behandeln. Ah ja. Gut. Posteingang. Der labert uns hier voll, gegen den wir verloren haben. Bitte lass das. Ich brauche meine Stiefel. Ich hasse meine Füße. Gut. Haben wir das schon beantwortet? Ja, das war das mit Rey Mysterio. Das will ich machen. Bin auf der Suche in der 8, 9 und spannenden Matchups für Smackdown. Da hatte ich überlegt, dich gegen Rey Mysterio antreten zu lassen. Wer weiß, wie lange er das noch macht, da sollen wir das lieber schnell durchziehen. Hat der großartige Rey nicht etwa... Ach, wir haben das letzte Mal schon alles durchgelesen. Wir nehmen das Match auf jeden Fall gegen Rey an, oder? Ich habe nichts dagegen, einen Podest zu stoßen und let's go. Drei Amigos. Attacke. Endlich war die Story hier nachher. Da ist der gute Rey. Oh, da ist wieder Story. Das heißt, wir müssen das Game gewinnen. Pimp, Fall, Raufgabe. Ja, verprühe doch so ein bisschen. Ist schon okay. Wir starten ja immer langsam. Das ist auch okay. Und ich habe den Bug gefixt. Boy, ist krass. So ein halben... Den Grafik-Bug gefixt, den ihr nicht gesehen habt. Aber für mich war es wichtig, dass ich den fixe. Warum kann ich hier nichts kontern gerade? Warum bin ich gerade so bad? Das kriege ich aber hin, oder? Nee, ich dachte, ich müsste später drücken. Ich habe einfach noch dieses... Warte mal, das geht nicht durch, oder? Weißt du, wer das Spiel Day of the Conning kennt? Da muss man immer dann kontern, wenn der Griff ansetzt. Und ich habe es ja hier schon letztes Mal erklärt. Hier muss man einfach ganz komischen Momenten blocken. Und da bin ich überhaupt nicht drin. Aber jetzt ist unser Tod. Wir haben hier genug spielen lassen. Jetzt sind wir dran. Kraftpaket Ronny Eisenfaust macht immer kurz kaputt. Guck mal, der hat jetzt schon voll viel Leben verdraut. Heben wir ihn hoch und geben ihm eine Backpfeife. Boom. Das war keine Backpfeife. Oh. Er ist vorangeportet. Perfekt. Oh, raus. Du bist kaputt. Kannst gar nichts. Guck dich an. Signature gleich schon ready. Boop. Und. Boop. So geben. Klaus reingeben. Oh, oder auch nicht. Wir sind umgefallen. Neckbreaker. 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 Ah, verdammt. Ach, verdammt. Das hätte ich schon wieder drücken können. Ich dachte, das wäre schon durch, nachdem ich an der Ecke nicht gedrückt hätte. Da habe ich einfach nicht aufgepasst. Da bin ich ja nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, oh. Signature. 619. Ah, da hätte ich auch noch blocken können. Okay. Gut zu wissen. Oh, Gott. Der Frog Splash. Da musste ich meine Signature-Punkte benutzen, um da rauszukommen. Traurigerweise. Ich hatte gerade so viele Möglichkeiten zu blocken und ich habe keine genutzt. Aber es ist schon okay. Passiert dem Besten. Jetzt noch wirklich vorbereitet. Und dann haben wir gleich unser Finisher vorher. Richtig. Triple Elbow. Uh. Nochmal. Uh. Okay, jetzt hat er kein Bock mehr. Oh, ich wollte gerade meinen Finisher machen. Oh, komplett rausgeschleudert. Ach, come on. Oh. Komm rein hier. Das war nicht geplant. Ich würde eigentlich reinholen. Ja, ja. Ich glaube, auf zu 10. So. Weg mit der Ray. Mit dem Fliegengewicht. Wobei, mittlerweile ist der auch schon... Das ist ja krass. Ich glaube, wie ein Fliegengewicht wie damals ist er nicht mehr. Oh, er ist rausgekommen. Habe ich letztens schon auf jeden Fall. Der Schwierigkeit der Gilder ist hier echt gut dabei, rauszukommen aus solchen Sachen. Aber der Signature hat es gleich verdient. Das heißt, wir können nochmal hier loslegen. Bumm, Binnig, Bumm, Bumm. Und nochmal. So. Vorbei. Aus. Zweimal überlebt er das nicht. Bumm. Hätte er gedacht, dass sein Kampf gegen die Legende Real Mysterious spannender würde. Er hat zu lange hier herumgelungert, um seinen talentfreien Sohn einen Job bei der WWE zu verschaffen. Ein Glück, dass Eddie das nicht sehen muss. Oha. Halt bloß die Klappe und wage es nie wieder, Eddies Namen in den Mund zu nehmen. Ich werde noch viel mehr tun als das. Ist der Smackdown nächste Woche nicht in der Nähe des WWE-Archivs? Vielleicht schaue ich mir ja vor der Show ein paar von Eddies Erinnerungsstücken an. Gehen wir weiter. Jetzt ist Ray sauer, was wir Eddie erwähnt haben. Und sein Sohn. Aber Ray war mehr. Oh mein Gott. Jetzt verarschen wir hier Eddie. Wir haben natürlich jetzt keine Musik. Wir haben... Copyright. Aber denkt euch einfach die Titelmusik von Eddie. Das ist schon frech. Das ist frech. Oh mein Gott. Das ist... Ei, 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 ei. Einfach der ostdeutsche Eddie. Was ich sagen wollte? Ray war mehr sauer darüber, dass wir Eddie erwähnt haben, anstatt sein Sohn. Anstatt sein Sohn. Sorry. Aber ich bin gespannt. Jetzt ist Ray richtig aufgeladen, glaube ich. Ich will es auch nicht skippen, den Rest, weil vielleicht passiert jetzt doch was. Hier kommt der jetzt reingejumpt und haut uns. Ne, hätten wir skippen können, den Rest. Unlucky. Oh. Das ist aber nicht Ray. Ich dachte, Ray kommt rein. Okay. Chad Gable. Ach man. Denkig. Ja, der ist schnell. Gegen schnelle Leute hatten wir bis jetzt immer Probleme. Okay, gegen Ray nicht, aber... So generell sind die schwieriger zu besiegen irgendwie. Aber auch nur, weil wir so langsam zuschlagen. Wenn wir einmal nicht treffen, dann kontern die komplett rein. Das ist auch ein wilder Move. Armbreaker hier. Und, kann ich diesmal den Sprung dodgen? Oh, was ein Jump. Wow. Hilfe. Boom. Aus der Hölle der Klauslein. Boom. Oh, was? Jetzt aber. Oh Gott, der Dodge steht nicht raus. Wies. Habe ich. Habe ich. Ich kann auch blocken, mein Freund. Pin brauche ich noch nicht. Hä? Ich habe gleich schon mal gesagt, der Jump funktioniert nicht gegen Leute, die gesenklich sind. Bam. Der wird wehtun. Boom. Boom. Und jetzt war der getroffen. Der gute Big Splash. Nein. Oh, ich habe mich verdrückt. Aber er trifft. Das ist die Hauptsache. Powerbomb. Hat er gedodged. Hat er gut gemacht. Das ist der Knitscher. Und gleich into Finisher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ich wusste nicht, dass ich diesen Move habe. Aber der ist ja krank. Der ist ja richtig böse, der Move. Oh mein Gott. So böse wie der hier. Ja, auch beim ersten Mal direkt raus mit dem. Gar kein Problem. Ich habe gedacht, dass Ray irgendwie reinkommt und stört. Aber er hat weiter kämpfen lassen. Ganz fair. Du hast die Grenze überschritten, Ronny. Was? Der Lowrider? Das war meine Hommage an Eddie. Hommage. Heißt doch so, oder? Ich glaube schon. Ich hoffe. Daraus wäre er sicher stolzer, als auf das Trauerspiel, das aus deiner Karriere geworden ist. Du bringst Eddies Auto sofort zurück, oder wir beide haben ein gewaltiges Problem. Nö. Ich glaube, ich behalte es. Und wenn dir das nicht passt, kannst du ja versuchen, es mir auf den Parkplatz abzunehmen. Das war auch noch Eddies Auto. Ich dachte, dass wir irgendwie so eine, einfach so ein eigenes Auto, was wir geholt hätten. So, was gleich aussieht. Aber wir haben einfach Eddies Auto gehabt. Das ist ja gigafrech dann. Da haben wir da Backstage-Fight. Ey, von hinten. Da muss ich sagen, in dem Story-Modus. Okay. We're gonna see the walls come down here. Ups, aus dem Start gedrückt. Finde ich doof, dass das Szenario im Background, äh, im Backstage immer gleich ist. Es ist immer die gleiche Stelle. Und es ist immer dieses, ah, von hinten wird irgendwer angerufen. Entweder greifen wir eben von hinten an, oder wir werden von hinten angerufen. Immer das Gleiche hier. Gleiche... Gleiche Location. Gleiches Szenario. Haha. Ist ein bisschen eintönig. Nur ein bisschen Schaden zufügen. Ray übrigens damals mein Lieblings-Restler gewesen. Boah, gefühlt tausend Jahre, wo ich aktiv Wrestling geguckt hab. Und... Fall away, Slayl! Naja, und die Kommentatoren, die Sprüche hab ich ja schon erwähnt. Die sind auch sehr eintönig. Ja, er portet sich erst mal zehn Meter weg. Was war das denn? Hm, hab ich. Boom. Auf dem Boden muss ja ein Giga wehtun, wenn man da hinten draufschmeißt. Und heute hab ich's mit dem Begriff Giga. Weiß nicht. Schaden zufügen ist ja easy hier gerade. Ja, gar nix. Ja, Arme. Ist er jetzt tot? Danach? Ne, einmal noch treten und dann. Bup. Bup. Schafft. Irgendwie den Kampf zum Low Raider im Parkhaus. Wait, wo? Welche Richtung ist das? Links, rechts? Aber auf, mich zu treten jetzt. Ich muss hier Location-Wechsel machen mit dir. Okay, heb mich auf. Schmeiß dich einfach nach links. Und ich folge dir. Fall doch nicht hin, Mensch. Boom. Big Elbow Drop. Hier. Oh Gott. Wie groß ist das? Der Screen splittet sich einfach. Oh, der blaue Balken ist übrigens meine Ausdauer. Hab ich gerade festgestellt. Okay, da ist Exit. Das heißt, ich renne nach rechts. All the way, slam. Parkhaus. Ach, das ist da unten. Oh man, you can see, he is feeling it now. Sure, he's popping himself off, but he's also giving his opponent a chance to recover. Hier ist das Parkhaus. Ja. Random greifen. Da ist der Lowrider. Let's go. Komm, Ray. Komm, 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 komm. Put, put, put. Wer rennt einfach überall gegen. Ah, hier ist der Lowrider. Hm? Komm her. Oh, ja. Mysterio Ducks in, right into the Lowrider. That'll hurt. Ray setting up for something big. Bulldog off Eddie's car. He just hit hard on the pavement. We might need some help back here. Oh, ja. Sam ganz atdominiert. It's Eddie Guerrero. Latino Heat gonna make him pay for everything he's done. Oh. 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 Hä? Oh, wir sind gerade zu doll auf den Kopf gefallen. Dass wir schon Eddie sehen. Okay. Kämpfen wir natürlich gegen Eddie. Wer kennt's nicht. Ich glaube, wir sind gerade irgendwie... Weiß nicht. Wir träumen. Gefühlt. Wir sind einfach komplett weg. Hat man ja auch gerade gehört. Ich glaube, wir werden gerade verarztet. Weil es hieß ja, wir brauchen hier hinten Hilfe. Bla, bla, bla. Aua. Okay. Oh. Ich wusste gar nicht, dass er das aufheben kann. Boah. Boah. Boah, war nicht schlecht gedodged. Ey, das hat Greg Upmü gemacht. Ist nicht fair. Ich will nicht doppelt träumen. So. Raus jetzt. Fertig. Aus. Wupp. Ja, noch nicht. Jetzt aber. Was hätt's? Belage den Kampf zum Heck des Krankenwagens. Komm her, hier. Zum Krankenwagen. Ach, come on. Hilf mir doch. Wo operiere mit mir. Ach, ich will ihn da dauert hinwerfen. Aber der lässt sich nicht werfen. Wir sind so nah dran. Komm jetzt. Dann folgt mir so. Guerrero mit dem Brain Buster. Ich weiß nicht, wie viel mehr er kann. Leute, was macht Eddie? Oh. Five Star Frogs wäre schon da oben, oder was? He's on top of the Ambulance. Guerrero with the Frog Splash. Das ist doch für selber wie getan. What a convincing statement made here tonight by Ray Mysterio. Yeah, it was almost as if he was channeling his friend Eddie Guerrero in this fight. Ah, es war Ray. Aber wie er dachte, das war irgendwie irgendwie. There was no way, Ray was gonna let this level of disrespect fly. Hopefully that's the last time we see Eddie or his wife. Lowrider dragged into this. Wir haben die zwar verprügelt, aber hey. Die Story dreht das halt immer komplett. Das finde ich immer so ein bisschen lustig. Wir fühlen den übel Schaden zu dominieren und dann Storytations werden wir auseinandergenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da bei Spectrum passiert ist. Adray, ich sag dir, was passiert ist. Ich habe dir eine Lektion in Sachen Respekt und Ehre erteilt. Und ich hatte dir die ganze Zeit über das Gefühl, dass Eddie an meiner Seite ist, um dich platt zu machen. Ich habe seine Gegenwart auch gespürt. Jetzt muss ich dir, Eddie und allen anderen beweisen, dass ich immer noch in den Ring kann. Dass ich nicht nur hier bin, um meinen Check abzuholen. Also machen wir es nochmal. Two out of three faults. Mir ist bewusst, dass ich viel gesagt und getan habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich fit für ein Match bin. Wenn du der Star bist, wie du es so gerne behauptest, dann nimmst du meine Herausforderung an. Andererseits bist du all das, was du mir gerade in den Kopf geworfen hast. Gut, two out of three faults. Ich mache es. Let's go. Best of three, wa? Okay. Ich bagge. Nicht so. Was war das denn? Das ist ja verrückt. Warum sich wir so... Achso. Wir haben gar kein Leben, weil wir im Krankenhaus und so waren. Weil wir total angeschlagen waren. Wir starten hier einfach mit dem Handicap. Aber wir zeigen es, Ray. Wie immer. Hier sind der krassere, aber... Ah, Ray, die hat schon 619 ready. Aber ich habe es geblockt. Ganz gekonnt diesmal. Ich habe mir das Timing gemerkt. Wäre auch doof, wenn nicht. Oha. Ah, da war ich zu langsam. Da dachte ich mir, ich muss später drücken. Ich denke zu viel, glaube ich. Bumm. Oh. Okay, B drückenbring gar nichts gefühlt. Let's go. Alles ready gleich. Signature kommt. Ihr kennt. Ich werde aber keinen Finisher ansetzen jetzt. Denn. Ich werde ihn einfach gleich pinnen. Da kann ich gleich meinen Finisher. Verdammt. Ich würde sagen, da kann ich gleich meinen Finisher machen. Und er ist einfach wieder fit. Ich glaube, der ist ein Finisher. War gar nicht so ein Finisher. Mysterio. Macht eine halbe Weltreise. Oh. Ja, ja. Ray got it. Wir wissen es. Wie viel mich da lang zieht. Da komme ich easy raus. Gar kein Problem. Warum bin ich so tot? Ach, schon wieder. Okay. Da brauche ich nicht dodgen. Gar kein Problem. Da versaut es sich schon selber. So, runter mit dir. Ich glaube, der ist nicht mehr angeschlagen genug, oder? Er ist aber benommen. Oh. Dachte ich auch. Backbreaker hat mir jetzt gepimt. Ich glaube, wir brauchen unseren Finisher. Ah, der geht daneben, oder? Nein. Oh, der trifft. Ist auch selten. Jetzt noch mal Signature, oder was? Ich die Powerbomb. Oh, Powerbomb hat er geblockt. Das war doof. Gewicht zu. Ist doof, dass er gekontert hat. Muss nicht sein. Ich glaube, sobald wir den ersten Pin durchkriegen. Was passiert hier? Die portet sich da hin und her. Sobald wir den ersten Pin durchkriegen, kriegen wir die anderen auch easy durch. Bin ich mir sicher. Pin. Ja, der Pin ist durch. Ah, schon okay. 619 kommt wieder. Ja. Ich finde, der ist relativ easy zu kontern. Ist zu predictable. Ich glaube, das ist jetzt wieder sein Tod, oder? Ich gebe jetzt in mein Signature. Und mein Finisher. Boom. Hä? Pin kam nicht. Warum nicht? Was soll das denn? Ja. Ich sage ja, soweit der erste durchgeht, geht der zweite auch durch. Easy. Haben wir ihn kurz geschlagen. Zu viel Power. So, Story abgeschlossen. 10.000 Fans. Fast 11.000 dazu bekommen. Attribute upgraden hier. Ah, können wir noch nicht. Ein Punkt fehlt. Bannacki. Äh, Social Media checken. Oh, Dominic Mysterio meldet sich. Ray sein Sohn. Wie mein Vater hattest du Glück, Ronny? Jetzt habe ich dich im Visier. Oh, ich habe aber Angst. Ei, ei, ei. So, Story technisch ist nichts dazu gekommen. Das ist sehr entspannend. Dann komme ich nicht durcheinander. Ähm, Tasia war schon ganz Zeit da. Die auch richtig. Gucken wir das nächste Mal nochmal an, was böse und was siebbar von denen. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Gucken, wo wir das nächste Mal weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Und wenn ihr ganz cool seid, ein Abo. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.